Alles klar, gut. Erstmal in den Wagen. Einsteigen von unserem Gumbel hier. JNG 174.9. Wölfe greifen an, mein Lord! Ja, das ist Heroes and Generals. Kostenlos, auf Steam spielbar. Es geht, naja, es ist so eine Art Battlefield. Es geht um Töten und schön Punkte einnehmen. Das hier ist zum Beispiel ein Angriffsmap. Und wie man hier jetzt ein bisschen unscharf erkennt, müssen wir die Q-Punkte einnehmen. Es waren die zwei in der Mitte. Wir müssen vorher noch zwei andere Punkte einnehmen. Und ja, dann läuft das schon. Wir sitzen hier, schöner Maschinengewehr. Mal gucken, wie gut ich hier entzielen kann. Schon was her, dass ich das gespielt habe. Mal gucken, wie gut das wird. Es geht gegen die Sowjets. Und da sehen wir auch schon einen. Na, nochmal weggemacht. Sehr schön. Nein, ist weggemacht. Aber ich will natürlich die Oberungspunkte. Die zwei haben wir verloren. Schlecht. Die sind A, glaube ich. Was ist denn für D? Oh, wir sind D. Pass doch. Jetzt können wir die Punkte hier nicht mehr annehmen. Ich bin noch drückend schon geworden. Ja, bisschen blöd. Jetzt haben wir einfach den Punkt hinter uns erobert. Und dann können wir leider den nächsten Punkt nicht mal einnehmen. Das ist ein bisschen doof. Da besteht die Kapanze. Nice. Es ist auch so, wenn der Endpunkt hier erobert wird, dass die gesamte Richtung gesperrt wird. Also dann können wir ja nicht mehr im Süden spawnen. Wir müssen im Norden spawnen. Also bei A. Alle. So, haben wir noch theoretisch die Chance. Von zwei Seiten. Oh nein. Oh. Nein, das war nicht gut. Oh, das war weiteres nicht gut. Ich weiß nicht. Ich habe mich selbst gedamaged. Ja, der muss Gegner auch verwirren. Lass mich gut werden. Ah, ich glaube, der war gut. Er hat es zumindest verbundet. Ah, das ist wirklich so viel. Dann wird doch lieber die Granate. Die Pistole? Warte, ich muss nachher an. Stopp. Ah, er will mich schaufeln. Hahaha. Oh nein, was ist denn mein Team? Team, ich brauche Hilfe, Unterstützung, ich hatte keine Modi mehr. Oh nice. Es gibt mehr Punkte, wenn ich sie nur anschieße. Wenn ich sie schwer verletze und ein anderer sie killt, kriege ich, glaube ich, ne, kriege ich genauso viele Punkte. Sowohl ein Unterstützerkill bringt 5 wie ein Kill. Wie das hier aussieht, naja, ist auch wurscht. Ah, eigentlich Skandal war ja, dass ich mit der Panzerfaust nicht getroffen wurde. Das muss einfach sein. Ah, guck mal da. Haben wir Dreck weg. So, ein Headshot ist zwar Instant Kill, aber Körpertreffer bringen bei Gewehren zumindestens mehr, weil Karabiner zum Beispiel nur einen Schuss haben. Und den Kopf zu treffen ist doch schon etwas schwer. Ja, und wenn man dann keinen Schuss mehr im Magazin hat und vor einem Gegner steht, ist das immer eine dumme Situation. Ja. So, die Sachen, an die ich mich auch ignore. Ah. Panzerfaust können wir übrigens nicht mitnehmen. So, in der Tasche. Die müssen wir tatsächlich in der Hand halten. Wenn ich die wegscrolle, schmeiß ich die weg. So, dann werden wir uns jetzt... Was wird das? Merkwürdig, das war das. Da flog gerade eine Kugel an mir vorbei. Irgendwas... Ich nehme an, dass das böse ist. Ich sehe aber nicht, was böses ist. Boah, und dann fängt der an voll zu ballern, ey. Spoko. Äh, wie soll das denn? So. Boah! Ach! Er hat nicht geschossen, der Panzerfaust. Ich habe abgedrückt. Egal. Ich konnte ihn wenigstens noch schwer verwunden. Ja, das Spawnsystem ist ein bisschen komisch. Man muss tatsächlich immer auf diese Knöpfe drücken, sonst... ...bricht mir alles sofort ab. Wird rausgesoomt und... ...ist ein bisschen doof. Naja. Okay, werden wir hier gerade von einem Panzer bearbeiten, kann das sein, ne? Dann muss hier mal hinter das Haus verziehen. Ja, schnell nachladen. Ich konnte dann nicht vorbeischießen. Auf jeden Fall habe ich keine Verwundensanzeige bekommen. So, ein Gegner ist hier noch. Wahrscheinlich irgendwo oben. Ah, der ist eliminiert worden. Sehr schön. Okay, die werden natürlich gleich von unten kommen. Die werden wir jetzt holen. Wenn's geht. So, schnell hin. Da, wo uns der Scharfschützer auch erledigt hat, den wir im Nahkampf gefacet haben. Oh, hier sind Felsen zur Deckung. Nice. Ah, nice. Können wir auch gut anschließen. Oh, da ist noch einer beim Wagen. Das muss man natürlich am Wagen vorbeischießen können. Ah, okay. Okay, erst die spawnt. Die Leichen. Das bedeutet, der ist tot. Sehr schön. Ah, Q2 wird bereits angegangen von unseren Kameraden von der anderen Seite. Das bedeutet, wenn wir jetzt noch Q1 einnehmen könnten, schnell, dann haben wir tatsächlich schon direkt gewonnen. Wir bekommen auch diverse Wagen. Man kann natürlich auch überfahren werden. Ach, der hat uns nicht gesehen. Sein Pech. Wir haben ihn aus dem Leben gepustet. Wir haben keine Granaten mehr. Das ist schlecht. Der fährt großzügig drum herum. Wir versuchen jetzt natürlich von hinten zu kommen. Oh, 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 oh. Na, 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 nicht so gut. Na, na, na. Wir sind nicht so gut. Gott, nicht so gut. Könnte man sich auch heilen. Aber das ist gut. Alles gut. Alles safe. Jetzt können wir ja hier reinballern. Das ist nur Treffen. Das ging natürlich nicht so gut. Guck mal, ich glaube, der möchte was. Jetzt haben wir natürlich auch unsere Aufmerksamkeit. Ah, der ist tot. Nice. Und D3 wird eingenommen. Naja, ich denke mal, das wird jetzt ein harter Kampf um D3. Ich meine, dann sind sie nämlich eingekesselt mit ihren wichtigen Punkten. Was ja noch nichts heißt. Also, ein Moment der Unaufmöglichkeit reicht ja. Ah, von zwei Seiten. Ah, das ist natürlich ein Mist. Na, ich hätte auf ihn schießen sollen. Er hat dann nicht mehr. Sieht man, leider ist immer nachher. Schade, dass die nicht so ein Lebensbalken wird. Das würde das natürlich viel einfacher machen. Egal, D3 ist eingenommen. Jetzt geht's an die wichtigen Punkte. Ja, da ist gerade einer wieder niedergemacht worden. Na, D3 ist noch nicht fällig unter Kontrolle. Da ist auch gerade ein Wagen reingefangen, wenn ich das richtig gesehen habe. Oh, und die andere Seite ist zurückgeschlagen worden. Ich höre Schüsse. Ist aber okay. So. Bisschen komplizierter der Duck-Jump klappt aber auch. Ah, könnte auch ein Wagen von unseren gewesen sein. Jetzt müssen wir über die Brücke. Sehen wir einen Scharfschützen. Im Sturm. Ist immer gut. Ah, nice. Den habe ich noch nichts gerissen. Ja, damit jetzt habe ich ihn verwundet. Da ist ja noch einer. So. Die haben wir beide erledigt. Und dann nehmen wir auch schon den Punkt ein. Hätte ich den gesehen haben, wäre ich natürlich auf den Wagen geschossen. Egal. Haben wir ihn erschreckt mit der Explosion. Ach, das ist gar kein Q, das ist O. Naja, sieht fast gleich aus. Manchmal ist es auch ein Q. Na, egal. Nice. Uh, uns sind drei Leute. Da sehen wir auch warum. Da einfach reinzurennen, wäre natürlich selbst. So. Und O1 haben wir auch eingenommen fast. Ich dachte, das wäre gerade der Feind, der noch hier ist. So, dann haben wir unseren Job hier von unserer Seite erledigt. Wir haben unseren wichtigen Punkt erobert. Auch wenn hier noch ein Gegner ist irgendwo. Ich sehe ihn nicht. Ey, hat gerade auf mich geschossen. Die hoffen natürlich auf einen Luckshot. Ist eigentlich fast schon möglich, da jemanden zu treffen. Für mich auf jeden Fall. Gut, auf der Seite kommen natürlich die Gegner. Die noch gespawnt sind, da. Oh, von der Seite wird geschossen. Ah, hier ist auch einer tot. Von unseren Leuten. Das ist natürlich immer ärgerlich, wenn irgendwer hier nur sich noch versteckt. So suchen, stundenlang. Ein bisschen nervig. Ich finde den schon. Ist das doch Einschusslöcher? Das war er nicht. Das war er nicht. Hm. Keine Ahnung. Ach, okay. Ist auch weg. Ist anscheinend in eine Mine gelaufen. Ist aber doof. So, wie sieht es maptechnisch aus? Okay, unsere Leute kämpfen an A3. Und da geht es rüber. Ist natürlich ziemlich offen. Aber man wird ja nicht beschossen. Ach, die Deckung ist echt bescheiden. Drei, vier Holzplatten. Wow. Gut, dass man durch Holz nicht durchschießen kann. Oh. Gut, wir sind erwischt worden. Wir haben aber noch keinen Verwundungspunkt. Und unser Leben reckt wieder nach einer Zeit. Ist okay. Oh, eins ist auch unter Angriff. Ist natürlich nicht so gut. Na. Man darf sich nicht auf diese Fangspiele einlassen. Wir müssen natürlich schnell den nächsten Punkt erobern. Was wir auch schon machen. So, da unten ist eine Lagerhalle, wenn ich das richtig sehe. Ist okay. Wir haben A2 verloren, ist aber wurscht. Wir brauchen ja nur den. Und den haben wir ja schon halb. Das doof ist jetzt nur, wenn O1 erobert wird von den Gegnern, dann können wir O2 nicht mehr einnehmen. Das gleiche dürfte aber auch umgekehrt gelten. Gut, wir sind hoffentlich schneller. Hier. Sind wir. Letztes Missionsziel wird erobert. Das war eine Sekunde. Sonst wäre es genau umgekehrt gewesen. Und wir hätten dumm in die Röhre gucken müssen. Na gut. So haben wir letzten Endes auch O1 gehalten. Das war's. Keine Action mehr. Ne, ich verteidigen den Punkt einfach nicht. Alles klar, da haben wir gewonnen. GGBP, ne? Oh, da kann noch einer. So, das war's.